Hallo Leute, willkommen zur nächsten Folge, Mr. Angezoggt spielt Trakensang online. Ja, so, jetzt, ich will mich hier erstmal ein bisschen rumfarmen, weil ich eigentlich ein paar Sachen zu erzählen habe. Also, ich werde morgen eine Stunde vor dem WWE Supercard-Stream Oh, was hier? Eine Stunde vor dem WWE Supercard-Stream ein Trakensang-Stream machen, in dem ich eine kleine Verlosung mache. Dazu erzähle ich gleich mehr, aber ich hole einfach mal ein bisschen aus, währenddem ich hier rumlaufe und mir mal ein paar Gegner suche. Ich werde heute noch ein bisschen spielen, dass ich noch ein bisschen... Oh, da kommen ein paar. Dass ich heute noch ein bisschen vorankomme. Ich habe gerade Bock auf Action-RPG und da ist das, was passiert ist, gerade recht gut. Ich hatte ja letzte Woche schon mal davon erzählt, dass ich hier an der Stelle nicht sterben möchte. Ähm, hatte ich ja erzählt, dass ich jetzt einen Refairer-Link habe, ähm, wo ihr euch ins Spiel anmelden könnt, über den Link quasi das Neue installieren. Und Neue, ich hatte letztes Mal ein bisschen falsch gesagt, aber ich denke, jeder hat kapiert, was ich will. Ähm, quasi sich neu im Spiel anmeldet. Im Tragen-Sang ist ja Free-to-Play, also man kann nur durch Zusatz, ähm, da... Naja, schieß auf mich, oh, der hat einen Affe dabei. Ähm, man kann ja nur durch sich Zusätze kaufen und sonst ist es ja komplett Free-to-Play und echt schön zu spielen. Ähm, bisher hatte ich auch noch kein Geld ausgegeben. Ähm, das muss ich jetzt an der Stelle so sagen. Ähm, bisher... Was ist hier? Oh, 23 bis 25, das ist noch nicht so ganz meine Region. Ähm, aber jetzt durch den Refairer-Link. Ähm, zum einen bietet er euch die Möglichkeit, mich zu unterstützen. Ähm, weil ich da... Oh, was sind das für dicke Dinge? Ähm, da hauen wir mal von oben ein paar Pfeile drauf. Bis die hier marschiert sind, sollten doch einige schon... Ah, da ist ein Treppler. Ähm, also bietet natürlich zum einen euch die Möglichkeit, mich zu unterstützen. Ähm, alles was ich darüber einnehme, werde ich natürlich... Von hier aus kann ich es euch sagen, wie viel es dann ist. Ich habe da kein Problem mit, weil es sind jetzt nicht die Reichtümer, die man da vielleicht erwartet. Aber, ähm, werde ich natürlich auch ins Spiel oder in die Community wieder reinstecken. Darum würde es mich freuen, wenn ihr euch darüber einfach mal einen Account macht, das einfach mal anzockt. Vielleicht gefällt es euch ja. Und, ähm, mein Quest habe ich auch gleich erfüllt. Und darum, ähm, weil ich das so mit denen abgemacht habe, dass ich das jetzt mit dem Refairer-Link mache, haben sie gesagt, na cool. Ähm, wenn du... Ich meine, ich spiele das Spiel ja gar nicht. Also es ist ja für mich jetzt kein Aufwand. Ich habe es davor schon, Let's Played, bevor ich was mit denen zu tun hatte. Ähm, 250 Uhr altes Wissen, juhu. Ähm, und werde es auf jeden Fall... ...eine Wissensstufe aufgestiegen. Okay. Äh, das muss ich mir mal in Ruhe dann angucken. Wo ist das? Ah, hier oben. Gut, gucken wir uns nachher mal an. Ähm. Oh, ich sehe gerade, ich habe eine Essenz drin, aber das schadet vielleicht jetzt hier. Ich bin hier in einem Gebiet, das ist noch ein bisschen zu hoch für mich. Ja, aber wie gesagt, äh, was ich sagen wollte, Verlosung. Und da haben sie gesagt, na ja, cool, wenn du das, äh, machst, wenn du Bock drauf hast und deine Community Bock drauf hat, dann möchten wir das natürlich auch unterstützen. Und, ähm, das unterstützen sie, indem sie mir einen Code gegeben haben, den ich verlosen kann. Und das würde ich gerne morgen im Stream machen. Also 17 Uhr wird der Stream starten. Äh, einfach ein Stündchen vor Supercard machen wir dann. Vielleicht danach nochmal ein bisschen. Äh, mit Supercard... Ja, habe ich ja noch ein bisschen was zu tun, aber okay. Ähm. Und der Gutscheinkrot beinhaltet... Das werde ich euch gleich mal vorlesen. Habe ich auf dem Swotmonitor offen, aber gerade wenn die dicken Dinger da gerade kommen, dann, äh, vielleicht nicht. Ach, schön, wie ich durchs Gift noch ein bisschen gelaufen bin. Ähm, also, Gutscheinkrot. Veteran-User-Package 999 Essence of War, 3 Consumable Tossed the Kremli Emote. Das sind irgendwelche Bewegungen, die man wohl machen kann. Ein Collar Emerald Queen. Äh, 3 Tage Premium-Mitgliedschaft. Lockpicks. Universal Heal Potions, 5 Stück. Und ein Viech, also ein Pet. Ein Emerald Parrot. Ich glaube, Parrot ist ein Papagei. Also, ähm, Emerald Papagei. Und ein Splintered Amethyst. Splittert heißt er wahrscheinlich. Ähm, also, das Coolste davon ist das Pet. Also, ich habe selbst ja noch wenig Ahnung von Draken sein. Die muss ich mir ja immer noch erspielen. Und, ähm, für mich ist das Coolste, weil ich habe kein Pet. Ich wäre da, würde mich da selbst drüber freuen, ähm, ein Pet zu haben. Aber das werden wir morgen im Stream einfach verlosen. Darum, seid dabei. 17 Uhr wird's losgehen. Wir laufen die Möp jetzt hier mal einfach runter ab. 17 Uhr wird's losgehen. Da werde ich das drin verlosen. Wollen wir ein Gamble machen oder so irgendwas. Vielleicht mit einer Easy-Frage. Gucken wir mal. Und, wie gesagt, wer Bock drauf hat, seid dabei. Und mich schreibt gerade einer an. Der... Der Reitschuh. Ähm. Und, ähm, seid dabei. Und ich drücke euch die Daumen, dass jemand, der Bock drauf hat, gewinnt. Und alle Neuanfänger, ich würde mich freuen, wenn ihr wirklich über meinen Referralink geht. Dann sehen die nämlich, also jetzt nicht wegen den paar Groschen, die ich da kriege, sondern es wird gesehen, oh, cool, da kommen Leute über Mr. Angezucht. Und, ähm, 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 möchte ich Gold farmen bei, wie, ähm, ja, muss mir gleich mal angucken, wo er Gold farmen will, ob ich da überhaupt schon hinkomme. Ähm, ja, da sehen die, da kommen Leute über Mr. Angezucht. Und, ähm, dann wird es bestimmt öfters mal eine Verlosung geben. Und das ist ja das, was ich viel wichtiger finde, ähm, dass, äh, gesehen wird, dass wir ein paar Leute ins Spiel bringen. Naja, wenn ihr euren Account, vielleicht euren alten Account nicht mehr spielen wollt und dann euch einen neuen machen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch sehr gerne über den Link machen. Kommt, wie gesagt, der Community und, ähm, ja, dem gesamten Projekt zugute. Und darum, ich muss da irgendeinen Quest noch annehmen mit Sicherheit, weil... Da muss ich nochmal in die Stadt gehen. Ähm, ja, kommt uns allen zugute, wenn wir dann immer mal öfters was zu verlosen kriegen. Und jetzt lauf mal und hol dir die Lebenskugel. Und darum würde es mich freuen, wenn ihr morgen beim Streamen dabei seid oder euch. Und wer den Referralink auch schon mal angemeldet habt. Und dann, was ist das hier? Gruppeneinladung. Ähm. So, äh, erst mal zurückschreiben. Ähm, ja, wie gesagt. Und so lange laufen wir hier noch die Map ab. Wir sind schon noch einmal die Runde gelaufen, sind wieder bei der Stadt. Da kann ich mindestens mal mein Quest, ähm, abgeben. Und wie gesagt, seid morgen beim Streamen dabei. Bis dahin werde ich auf jeden Fall ein bisschen weiter gespielt haben, dass wir auch dann gemeinsam nochmal ein bisschen weiter spielen können. Und gerne können wir uns dann, ähm, ich wollte schon gerade sagen, was schreibt er denn jetzt? Ups, Pokémon. Ähm. Ähm, äh, ne, dahin soll's gehen. Ähm, ja, also wie gesagt, morgen die Verlosung von den 999 Essences of War. Drei Kontos. Ähm, also drei Premium-Pack, zehn Lockpicks, ähm, Universal Heal-Poches, fünf Stück und ein Pet, ein Emerald Parrot und Splintered, ein gesplitterter Amethyst. Gibt's auch noch dazu. Und darum freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Und das war's jetzt schon für gerade eben. Und ich sag, macht's gut. Bis zur nächsten Folge.